Tony hat hier seine Sachen verstaut, als Stark Industries unterging. Und wenn jemand weiß, wo Tony ist, dann Jarvis. Dieser Weg müsste zum Geheimeingang des Archivs führen. Cool. Ein schöner Tag zum Wandern. Ja, da hast du recht. Trägst du den Funkknopf, den ich dir gegeben habe? Ja, er ist praktisch unsichtbar. Warum sind Sie zur Chimera zurückgekehrt? Ähm, bin ich gar nicht. Das war er. Und hat er die Resistance vertrieben? Ähm, ich erinnere mich gar nicht, dass überhaupt jemand dort war, Kamala. Der Große ist auf ein paar Shield Agents getroffen, aber danach... nichts. Oh. Aha. Ganz schön eng hier. Ja, Kopf runter. Hier, ich helfe Ihnen. Ach, danke. Na, geht schon. Vor uns ist eine Lichtung. Dort müsste der Eingang sein. Cool. Wie sieht Jarvis eigentlich tatsächlich aus? Wie eine alte Festplatte von 1998. Okay, neue Frage. Wie sieht eine Festplatte von 1998 aus? Oh Gott. Wow. Na endlich. Wir sind nah dran. Oh Mann. Das ist zugeschweißt. Papi, schickt Eindämmungseinheiten. Doch der Bärme, was soll ich tun? Lauf. Subjekt ist extrem stark. Was soll er heißen und entriegst schafft? Versuche, Ziel zu übernötigen. Vorher geht's übernötigend. Sonntag. Nein. 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 Wann sind die so schnell hergekommen? Angriff mit maximaler Kraft. Sie sind hier geschwächt. Was zur Hölle ist da unten los? Jetzt werden wir uns! Ich bin hier. Ich bin hier. Das war die Maneuver. Sie sind hier. Du hast ihn vertreten. Erlöser. Ich hoffe, dass du das warst. Hoffentlich hast du Klamotten zum Wechseln dabei. Deinem Schweigen entnehme ich, dass du nicht amüsiert bist. Schon okay. Bruce mag meine Witze auch nicht. Okay, okay. Ich werde den, äh, Typen mit der Brille nicht mehr erwähnen. Ich werde den, äh, Typen mit der Brille nicht mehr erwähnen. Was? Äh, Mist, du hast recht. Provisorisch sieht das nicht aus. Ich glaube, ich kann dich hören. Hey. Alles gut? Okay. Alles cool. Vermutlich. Oh Mann. AIM ist nicht einfach gekommen. Die haben sich hier eingerichtet. Wir müssen Jarvis finden und dann verschwinden. Wenn das hier vorbei ist, werde ich sehr lange duschen. Ich glaube, AIM hat den Laden übernommen. Ob das der Stark wirklich hier ist? Ich könnte durch die Lüftung und es mir ansehen. Ja, das geht auch. AIM ist überall. Äh, lenk du sie ab. Ich suche einen Zugang. Sie haben hier überall Wachen. Das ist vielleicht eine schlechte Idee. Mist, sie riegelten alles ab. Ich bin drin. Die Luftschächte sind riesig. Anscheinend haben wir uns um das Originalarchiv herum gebaut. Alles ist neu. Sie sind hier. Das war knapp. Sie hätten mich fast gesehen. Äh. Au. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Große Gruppe ist untersehend zu baut. Große Gruppe ist untersehend zu baut. Geht. Geht. Ich versuche es unter. Geht. 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 Das Originalarchiv muss tiefer im Gebäude liegen. Ich suche weiter. Das Originalarchiv muss tiefer im Gebäude sein. Zerstören, Tür! Dr. Berner, halt! Schläge einziehen, Subjekte zur Anlage reinbringen! Tauten ist hier? Sie sind schließlich ausvoll. Zutritt umgeschickt. Alle nicht erforderlichen Personen verlassen. Sie haben etwas im obersten Stockwerk. Treffen wir uns dort? Könnte das Archiv sein? Nichts hält ihn auf! Mein Gott! Seht nur, wie groß er ist! Was steht da? Verstärkung unterwegs zur Verwaltung. Erster Stock! Ich glaube, von mir wissen Sie nichts. Doktor, ich weiß, dass Sie mich hören. Bitte! Sie können ihn bekämpfen. Ich will Ihnen nichts tun. Um, durch Sie? gardening doet Um, durch Sie! Ich bin kein Barsch. Obviamente bin ich im Limited. Wie viele sonst eluswert. Ich bin kein Barsch. Schiekel grillier auf! Entsche dir in ihm sein。 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Lassen Sie mich hier helfen, Bruce. Es ist nicht zu spät. 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 D.B. 0, 2 Schreit! D.B. 0, 2 Schreit! Oh, oh, oh. Ah! Sekundärsysteme aktiviert. Alle Analysten online. Portale am Start. Jetzt müsste die Tür aufgehen. Sei bitte hier, Jarvis. Vielleicht versteckt er sich in diesem Haufen supercooler Avengers-Sachen. Nein, konzentrier dich, Kamala. Du musst einen Hinweis finden. Ich glaube, das hat Thor gehört. Vielleicht ein Geheimhebel? Oh, nein. Nur ein Krug. Wozu Pyrite ausstellen, wenn du dir das Original leisten kannst? Ich muss weitersuchen. Die Mark 1! Wollte er das alles wieder abholen? Von Pepper an Tony. Ich weiß, ich sollte nicht ausflippen, aber ich flippe geradeaus! Tony Starks Gitarre! Caps erster Schild. Der war am A-Day ausgestellt. Du öffnest keinen Geheimgang, oder? War ein Versuch wert. Was ist hier? Was ist hier? Wie ist hier? Ich war ein Versuch. Ich war ein Versuch. Ihr seht gut aus, Leute. Ihr seht gut aus, Leute. Nicht wirklich, oder? Jarvis! Jetzt muss ich den Hulk suchen und verschwinden. Was hast du denn da, Grille? Wieso gibst du mir das nicht? Ganz sicher nicht. Hm, enttäuschend. Willkommen zurück im Land der Lebenden. Sie sehen gar nicht mal so gut aus. An alle Einheiten findet das Mädchen und geht mir aus dem Weg. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Etwas ist anders. Langsam wird's lustig. Das ist mein Heiligen. Richtig. Und das ist seine Schuld. Und das ist eine Ge celhe. Gar nicht mehr. 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 Ich habe die Pläne des Archivs gefunden. Ich denke, jetzt finde ich auf zu dir. Hoffentlich ist sie bald bei uns. Ja, spüren Sie es? Diese Energie. Hier war meine Evolution. Ich habe die Pläne des Archivs gefunden. 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 Und dann wurde sie eine Fläne des Archivs gefunden. Klar, ich führe Selbstgespräche. Okay. Zeig mir deine Geheimnisse. Fall 7.5. Nach unserem leitenden Wissenschaftler haben wir das Pairi-Glinger erfolgreich rückentwickelt. Was? Warten Sie, bitte! Beruhig dich. In einer Minute. Ist alles vorbei. Verabreichung des Heilmittels. Was meinen Sie damit? Sie tun ihm weh. Bitte. 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 Bitte aufhören. Wo bin ich? Ein vielversprechendes Ergebnis. Fall 705 hatte einen bemerkenswerten Heilungsprozess. Und wird die nächsten 24 Stunden beobachtet. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind geheilt. Unmöglich. Wir sollten verschwinden. Es ist nicht sicher. Ja. Natürlich. Wenn du willst, mach es dir hier gern ein bisschen... gemütlicher. Oh, danke. Ja. Alles gut? Du bist doch sonst nicht so... schweigsam. Äh... ja, alles gut. Okay. 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 Gut. Also... Ja. Was, wenn es echt ist? Äh... was hast du gesagt? Das Heilmittel. Was, wenn es echt ist? Ich meine... Es sieht echt aus, aber... Was, wenn ich wieder normal sein könnte? Naja, weißt du... Es... So funktioniert das nicht. Kamala... Aber du hast es doch gesehen. Es tut bestimmt sehr weh, aber... Vielleicht ist es das ja wert. Kamala... Ich hab nie wirklich dazugehört. Meine Welt... Waren die Superhelden und... Ich dachte, wenn ich diesen... Wenn ich diesen Fanfiction-Wettbewerb gewinne, würde alles irgendwie... Es spielt keine Rolle. Sieh mich doch an. Ich bin ein Freak. Wow. Du bist kein... Was du da getan hast... Hey. Was du getan hast, war echt mutig. Es war dumm. Aber trotzdem mutig. Und... Es gibt nicht viele Menschen, die sowas können. Gut ist nicht, was du bist. Wie bitte? Gar nichts. Ähm, danke. Das Zimmer ist echt toll. Okay. Oder wird es sein, wenn's fertig ist. Ja. Es ist tot dich aus. Ähm... Gut. Ja, danke. Okay. Ich gehe... Und... Mach irgendwas. Okay. Alles klar. Gut gemacht, Kamala. Das war überhaupt nicht peinlich. Aber jetzt hab ich ein Zimmer auf der Chimera. Passiert das wirklich? alles klar. Manu ignratzen dich. Das ist richtig. Neuplatt. Okay. Das ist richtig. Ich bin glücklich.